Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen. Hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Dienstag, den 9. Juli. Gestern fiel die Folge ja leider aus. Ich war nicht ganz fit und heute auch noch nicht hundertprozentig, aber es geht auf jeden Fall für diese Folge. Und heute haben wir dabei Instagram, Texas Hold'em Poker, Tetris 99, Lidl Pay und 7Pay. Beginnen tun wir mit Instagram und die haben jetzt zwei neue Features angekündigt, die dafür sorgen sollen, dass das Problem von Online-Bulloing, also sprich dem Belästigen von Leuten und in irgendwelche Probleme reinzutreiben, dem entgegenwirken soll und dafür gibt es zwei Funktionen, wie gesagt. Eine kommt mit künstlerischer Intelligenz und prüft, wenn man einen Kommentar auf ein Posting schreibt oder auch eine Direct Message, ob man die dann auch wirklich absenden will, wenn die künstliche Intelligenz der Meinung ist, dass die eben entsprechend halt eine Belästigung ist. Das kann man natürlich dann auch dann einfach sagen, ja, will ich abschicken. Das ist also eine, ja, semi-tolle Funktion, würde ich mal sagen. Die zweite ist viel interessanter, denn viele Nutzer, auch gerade Jüngere, haben Angst, einen entsprechenden Account zu blocken, wenn sie von dem belästigt werden, weil dann könnte das Ganze eskalieren und da will Instagram jetzt entsprechend mit einer Funktion gegen vorgehen, dass der Nutzer diesen Account dann einfach flaggt und die anderen Nutzer und er selber sehen diese belästigenden Kommentare nicht mehr. Der Nutzer, der die belästigenden Kommentare allerdings gemacht hat, sieht sie immer noch und sieht entsprechend nicht, dass diese Funktion genutzt wird. Das ist schon ein bisschen cleverer und bestimmt ein guter Weg, zumindest für den Anfang. Der App Store, der ist ja mittlerweile zehn Jahre alt und für das Jubiläum bringt Apple nochmal den Klassiker unter den Spielen, sprich das erste iPhone-Spiel heraus und das ist zu Texas Hold'em Poker. Das war am Anfang früher voll der Hit. Ich habe es auch gespielt und irgendwann ist es aus dem App Store entfernt worden und jetzt kippt es das wieder und das Icon sieht zumindest nach meiner Erinnerung immer noch gleich aus. Aber ansonsten ist das Spiel ein bisschen aufgefrischt worden mit neuen Features, neuen Grafiken und wenn ihr auch früher das gespielt habt, dann könnt ihr euch daran ja nochmal ranwagen und vielleicht habt ihr Spaß daran. Und wenn wir schon beim Thema Spielen sind, Tetris 99 ist ja das aktuelle Tetris, was Nintendo rausgebracht hat im Februar als Battle Royale Game, als Online-Exklusive für die Switch und so peu a peu kommen immer wieder neue Features rein. Es gibt neuen Downloadable Content und jetzt gibt es ein neues Feature, was angekündigt ist für den 31. Dezember oder besser gesagt bis zum 31. Dezember und zwar, dass man Multiplayer offline spielen kann. Sprich, man muss nicht online sein, man kann offline mit anderen spielen und das wird dann als Feature freigeschaltet für 1000 Yen. Das ist knapp unter 10 Dollar. Tja, muss man gucken, ob man das haben will und ob es einem Wert ist. Aber es ist ja noch ein bisschen hin bis zum 31. Dezember. Und jetzt noch zwei Mobile Payment Themen zum Ende des Tages oder zum Beginn des Tages, besser gesagt. Einmal Lidl Pay. Der Discounter Lidl testet in Spanien, also da ist es halt schon aktiv, das Lidl Pay Bezahlsystem. Sie möchten also ein eigenes Bezahlsystem etablieren und damit gegen Apple Pay und Google Pay beispielsweise angehen und Lidl Pay passiert auf der App Lidl Plus. Die hat Lidl bereits Mitte Juni 2019 in Berlin und Brandenburg gestartet und genutzt und bezahlt wird dabei mit einem QR-Code an der Kasse. Das ist jetzt auch alles nichts Neues und ob die Welt wirklich auf ein neues Paymentsystem gewartet hat, man weiß es nicht. Die Konkurrenz zum Beispiel von Aldi plant sowas jedenfalls nicht. Die möchten kein Zahlungsdienstleister werden. Und ich bin da auch eher skeptisch, ob Lidl Pay wirklich einen Erfolg haben wird. Und wie gesagt, zweite Mobile Payment Thema für heute ist 7Pay. Das ist das eigene Bezahlsystem. Ihr merkt, da ist ein kleiner Trend. Der Discounter Supermärkte 7-Eleven oder Discounter ist es eigentlich nicht. Das sind so kleine Supermärkte in Amerika, oft auch mit Tankstellen kombiniert und gerade in Japan und auch China sehr verbreitet, wo man kleine Sachen kaufen kann, die man schnell braucht, an jeder Ecke ist und laden. Und die haben das Zahlungssystem 7Pay. Und das ist jetzt nach nicht einmal einer Woche wieder eingestellt worden, weil es nämlich Betrugsfälle gab mit einem Schaden von über 450.000 Euro. Und das Ganze liegt einfach daran, dass das System nicht durchdacht war. Also bei 7Pay kann man einfach den Barcode eines Produktes scannen. Also sprich, man nimmt es aufs Regal, scannt den Barcode und dadurch wird es mit der verknüpften Kreditkarte bezahlt. Ja, und leider hat man vergessen, diese Kreditkarten und Nutzerkonten entsprechend abzusichern. Denn wenn man sein Nutzerkonto vergessen hat, dann konnte man das ganz einfach zurücksetzen, indem man entsprechend eine Telefonnummer, das Geburtsdatum und eine E-Mail-Adresse angegeben hat. Und bei der E-Mail-Adresse konnte man problemlos eine völlig andere nehmen. Und die 7Pay-App hat das Geburtsdatum eines Nutzers automatisch immer auf den 1. Januar 2019 gesetzt, wenn dieser vergessen hat, das Feld auszufüllen. Also auch das eine relativ große Lücke, die dann ausgenutzt werden konnte und eben auch ausgenutzt worden ist. Und damit, wie gesagt, ist jetzt erstmal Schluss mit 7Pay. Und schauen wir mal, ob die wieder an den Start gehen und sich davon erholen. Aber wie gerade schon bei Lidl Pay gesagt, ich bin da skeptisch, ob diese Einzellösungen pro Laden wirklich das Ziel sein können, wo ja mittlerweile Apple Pay und Google Pay recht gut etabliert ist. Ja, und das war's dann auch für heute. Ich wünsche euch einen tollen Dienstag. Ich versuche fit zu werden und euch morgen wieder mit neuen News zu versorgen. Also, bis dann, bleibt positiv. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.